Morgen Gewitterfreunde, Gewitten-Actionfreunde. Ja, in der Ostschweiz. Genau, äh, Deutschland wird es, aber es ist eine kräftige Umwetterlage und bei uns in Schweiz reisen, braucht sich alles, glaube ich, auf, aber ich hoffe nicht, dass wir Blüte, bitte, erwischen. Ja, dann ist gut. Das vierte Gewitter hintereinander ist schon sehr, sehr saftig und der AP schaut schnell auf, und bei Jonas, und bei Jonas, was wir Wagen nehmen, hier zu laufen. Ich bin mir erst zuversichtlich, dass wir ein Gewitter sitzen, nur nach einem einzelnen Gewitter hier. Ja, ähm, das Gewitter ballert. Siehst du, dass du mir gerade auf dem Buche willst, aber das reicht schon. Ja, passt aber auch so. Das war's jetzt. 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 Das war's jetzt.